So, hallo Eishockey-Fans da draußen. Ein nicht so schöner Tag bzw. Abend ist da vor uns bzw. hinter uns. Die DEL-Saison ist vorbei, ist Geschichte, vorzeitiger Abbruch. Und ja, kein schöner Tag, auch kein schöner Facebook-Livestream heute. Aber wie in einer Ehe, denke ich, wie in guten, so auch in schlechten Zeiten, müssen wir da durch. Und ja, fällt mir auch nicht leicht, das Ganze heute hier irgendwie zu kommentieren. Aber dennoch, ja, es ist einfach schwierige Zeit. Aber erst einmal glaube ich, dass die Entscheidung die richtige ist oder war. Ich glaube einfach, dass der wirtschaftliche Schaden oder auch das Allerwichtigste, die Gesundheit für uns alle, wenn die gefährdet ist oder nicht zu 100% gegeben ist, dann ist das alles ein bisschen schwierig und macht nicht so viel Sinn. Ja, unheimlich schwierig, tut mir furchtbar leid für die Vereine, für euch Eishockey-Fans da draußen, für, ja, ich meine, es ist ein Rattenschwanz, was dahinter hängt. Und für uns alle einfach und haben uns alle anders vorgestellt, wie es jetzt gekommen ist. Und ja, am Ende des Tages muss man dann einfach so die Entscheidung auch akzeptieren und muss man so hinnehmen. Aber ich habe heute den ganzen Tag schon nicht so ein gutes Gefühl gehabt bei der Sache. Wir in der Redaktion haben uns eigentlich darauf vorbereitet, auf die erste Playoff-Runde für morgen. Und als dann da nach und nach diese schlechten Nachrichten reinkamen mit, ja, dass Bayern eben die Veranstaltungen ab 1000 Zuschauer verbietet, habe ich mir schon gedacht, oh, oh, oh. Und ja, und dann hat halt so das Unheil seinen Lauf genommen. Und dann kam ja irgendwann um 17 Uhr eben von der DEL die Mitteilung, dass eben die DEL vorzeitig beendet wird. Und ja, das war dann selbstverständlich schon ein absoluter Uppercut, also Stich ins Herz. Ja, war auch im ersten Moment, wie gesagt, ein bisschen schockiert und habe wirklich nicht gewusst, was man darauf sagen soll. Denn sowas gab es noch nie, habe ich noch nie erlebt. Und ich finde, es ist auch eine richtige Entscheidung, dass es da keinen deutschen Meister gibt. Dass man jetzt da nicht sagt, der Hauptrundenerste ist irgendwie Meister. Ja, finde ich richtig so. Ja, und so geht eben dieser 10. März 2020 in die Geschichtsbücher als einer der bescheidenen Tage für das Eishockey. Erwischt ja auch die DEL 2. Und ja, und so sitzen wir heute als Eishockey-Fans, als Eishockey-Community einfach da und sind speechless. Sind einfach unendlich traurig und sprachlos. Und ja, weiß dann auch nicht so genau, was man da zu sagen soll. Aber ja, ich glaube einfach, dass am Ende des Tages es einfach hat so sein müssen. Und aber ich habe schon auf Instagram vorhin gesagt zu euch, ich glaube einfach, dass das mal wieder eine Chance ist für uns Eishockey-Fans. Ich meine, wir haben ja immer oder öfter schon das ein oder andere Mal leiden müssen mit unserem schönen Sport. Aber ich glaube, das ist einfach wieder so eine Chance für uns alle zu zeigen, dass wir Eishockey-Fans, wir Eishockey-Community einfach zusammenhalten. Und dass wir aus dieser Geschichte einfach noch stärker herauskommen. Und das ist, glaube ich, einfach die Message. Denn wir lieben alle unseren Sport. Und ja, einer für alle, alle für einen. Und da müssen wir jetzt durch. Und so hart das klingt. Und heute können wir noch traurig sein. Heute, ich bin es auch traurig, ich bin auch echt mega traurig. Und ab morgen dann, ja, ab morgen versuchen wir einfach, wie gesagt, aufzustehen, Brust raus, Kopf hoch, die Krone richten und dann weitermarschieren. Und ich glaube, das ist einfach, vielleicht hat es so sein sollen, sein müssen das Ganze. Und da werden wir Eishockey-Community mal wieder einer Herausforderung gestellt. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir die meistern werden. Und auch da kommen wir wieder gestärkt hervor. Und ja, ich habe jetzt noch nicht so einen richtigen Plan, wie es weitergeht. Wir müssen uns da morgen auch erst mal in der Redaktion so ein bisschen sammeln, wie es mit den einzelnen Sachen weitergeht. Wir hatten ja noch einige Beiträge für euch in der Schublade. Und es ist jetzt erst mal alles einmal fraglich, wie wir da weiter agieren werden. Weil es sind wir auch überrannt worden von dieser Entscheidung. Müssen wir morgen mal weiterschauen. Und ja, und dann, Leben geht weiter. So hart es klingt, müssen wir jetzt einfach zusammenstehen. Und der Situation, auch wenn es nicht leicht ist, überhaupt nicht. Und müssen jetzt einfach, ja, müssen mal wieder irgendjemanden da draußen zeigen, dass wir einfach, ja, dass wir geile Eishockey-Fans sind. Und dass wir eine geile Eishockey-Community sind. Und dass wir einfach zusammen stark sind. Und dass wir, auch wenn es ein verdammt bescheidener, langer Sommer sein wird, aber wenn es darauf ankommt, nächste Saison, in ein paar Monaten, wann auch immer das sein wird, dann sind wir wieder da. Und dann sind wir noch stärker da. Und wir kommen noch stärker, wir kommen noch geiler und wir kommen noch fetter zurück, als wir es jetzt schon waren. Das ist eigentlich die Message. Und so soll es sein. Und ich weiß nicht, was ihr dafür Gefühl habt. Und ja, könnt traurig sein. Ich bin es auf jeden Fall. Ich bin mega traurig. Ich bin mega down. War echt ein Stich ins Herz. Aber wir lassen uns was einfallen. Auch wir von Magenta Sport. Wir schauen nochmal, wie wir euch da diese Eishockey-freie Zeit überbrücken können. Wir, ja, wir. Wir schauen, was wir da für euch noch aus dem Hut zaubern können. Hatten da auch noch die Kühlbox, das Kühlbox-Gewinnspiel im Petto und so weiter und so fort. Aber wir müssen jetzt mal erst mal uns neu sortieren und uns neu sammeln intern in der Redaktion. Und dann schauen wir mal, was wir die nächsten Woche, die nächsten Tage für euch noch präsentieren können, posten können und raushauen können. Und ja, wollte mich dann an der Stelle schon mal bei euch bedanken, fürs Zuschauen, für die mega geile Unterstützung. Ihr habt das Produkt echt fett gemacht. Also wirklich, wir haben das Ganze nochmal auf eine andere Ebene stellen können, bringen können. Schade, dass wir, was wir mit euch vorgehabt hätten, in den Playoffs nicht mehr zeigen können. Aber so ist es manchmal im Leben. Und diese Herausforderung müssen wir uns stellen. Und diese Herausforderung werden wir uns alle stellen. Die Spieler, die Vereine, die Offiziellen, ihr Fans da draußen, wir Fans, alle zusammen. Und wie gesagt, nicht den Kopf hängen lassen. Am Ende des Tages ist es nur Sport. Es ist nur Eishockey. Es ist ganz, ganz bitter. Es gibt dann viel, viel Schlimmeres. Und wenn es wirklich da draußen eben Menschen gibt, die, ja, wo ihre Liebsten oder Verwandten oder Freunde wirklich betroffen sind von dieser Corona-Geschichte, Virus. Das ist jetzt im Moment das Wichtigste. Das ist das, was zählt und alles andere, das alles andere kriegen wir hin. Da bin ich davon überzeugt. Wir zusammen kriegen das auf jeden Fall hin. Und ja, das ist jetzt einfach mal meine Message, meine Worte an diesem verdammten 10. März 2020. Und wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Egal wie, egal wann, wir kommen wieder. Und ja, dann, was auch immer ihr heute Abend macht, bleibt brav. Und wenn es irgendwelche News gibt, dann werde ich euch das mitteilen, entweder hier auf Facebook oder bei mir auf Instagram. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass, wie gesagt, wir vom Magenta Sport auf jeden Fall uns was einfallen lassen werden für euch. Vielleicht gibt es da noch die ein oder andere Überraschung. Aber ich kann jetzt euch da noch nichts versprechen, weil wir das erst intern in der Redaktion klären müssen, abstimmen müssen, was da noch alles möglich ist, was wir umsetzen können. Und wie gesagt, danke für die Unterstützung der Kühlbox. Das war wirklich mega. Wir haben die Kühlbox auf ein Level gebracht. Das war mega. Danke, danke für die Unterstützung von unserem Format, von allgemein bei uns, bei Magenta Sport. Und das gilt einfach mal euch da draußen. Also fette, fettes Dankeschön, dass ihr da uns immer die Treue gehalten habt. Und schade, dass das Saisonende eben so jetzt gekommen ist. Wir haben uns das alles sicherlich anders vorgestellt. Aber am Ende des Tages ist die Gesundheit von uns das Allerwichtigste und sollte auch immer so bleiben. Und deswegen in meinen Augen die absolut korrekte Entscheidung. Und ja, genießt den Abend mit euren Liebsten. Ja, ist vielleicht auch mal schön. Und ja, das sollte uns auch alle mal wieder erden, glaube ich, sowas. Dass, wie gesagt, es gibt immer im Leben was Schlimmeres. Und es ist natürlich schlimm, was da heute passiert ist mit dem Ende der DEL-Saison. Aber ja, die Message da draußen an mich für euch soll sein, wir kommen wieder zurück. Egal wann, das ist im September oder who cares, egal. Und wenn wir zurückkommen, dann machen wir es gescheit. Dann kommen wir noch geiler zurück. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, heute können wir noch schlecht drauf sein. Heute können wir noch weinen. Aber morgen kommen wir zurück. Und dann heißt es, aufstehen, Schulter, Brust raus, Kopf hoch, Krone ein-, zweimal richten. Und dann sind wir wieder da. Denn wir sind die geilsten Eishockey-Fans, die es gibt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Bleibt brav. Und in diesem Sinne, auch wenn es mir schwerfällt, Ciao vonau aus Rosenheim. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.